Ich finde die Idee so großartig, aber ich sage nicht gerade, wie man es logisch oder sinnvoll im historischen Lesesaal manifestieren kann. Vor allem, wenn es im Wirklichen nicht so ist. Und dann müsste auch die Tomatenpflanze wieder aufgegriffen werden. Sie rangt sich drum und ihre Wurzeln zerstören quasi die Buggers. Komik als Medium der Wissenschaftskommunikation ist eine Niche in Deutschland so weit. Ich meine, wir haben diese Information-Komik-Serie, das ist interessant und okay, aber sie erzählen keine Geschichten. Wir wollen eine Geschichte erzählen und wir wollen die Visual-Kommunikation benutzen, um sie zu kombinieren. Ich sollte eigentlich nicht in dieses Seminar kommen, ich sollte eigentlich ein anderes belegen. Aber dann habe ich gelesen, dass hier ein Komik geplant ist und dann dachte ich mir, das ist mir egal. Ich komme in dieses Seminar und jetzt bin ich hier und bin froh, dass ich so viel darf. Was ist sehr wichtig für mich ist, zu experimenten mit Modes und mit Wagen der Expression, wo die Rolle der Kreativität und der Aesthetik grüße Parten der Wissenschaftskommunikation. Und das ist wirklich das, was wir mit unserem Komik experimentieren. Es ist eine Gruppe von Frauen, 120 Jahre alt in Chicago, die Hull-House-Settlers. Und sie haben eine Pionierende Arbeit für die Methoden der Empirical-Social-Science, das ist mein Subjekt, das ich zeige. Ich denke, hier kommt unsere Komik-Writer, weil sie viel mehr Erfahrung im Storytelling hat. Sie passt sehr gut in die Gruppe, weil sie unsere Ideen abläuft. Sie hilft uns, sie zu transformieren in eine Komik. Man kann über die Welt lernen durch Geschichten. Und natürlich kann man auch über die Welt lernen durch keine Fiktion. Aber man hat nie wirklich die Idee, was es ist, zu haben, etwas wie das zu dir passieren. Der Thema, das unser Seminar war, nämlich ein Ort und ein Zeitpunkt in der Historie, wo die Demokratie als eine Art von leben wurde, kam das in unserem Seminar selbst. Wir haben das Thema in unserem Seminar durch unsere collaborativen Praktiken und das ist für mich der größte Vorteil, die größte Lernung, die größte Erfahrung. Es ist eben nicht nur, als wir lesen im Text und diskutieren darüber, sondern diese produktive Umsetzung dessen, was man im Text gelesen hat, nicht nur in Form von Diskussion und Fragen und Präsentation oder so, sondern direkt, wir haben danach ein Produkt. Das ist ziemlich einzigartig, das hatte ich noch nie in der Lehre. Es war für mich auch ein Experiment, dass ich gesagt habe, ich schaue es mir an und jetzt bin ich total gefesselt und ja, komm hier, so schnell auch nicht mehr raus. Es setzt so viele kreative Energien, und es vorbereitet sich für so viele gute Erkrankungen mit Menschen. Es macht mehr Platz für etwas Neues. Es ist immer noch immer, und das ist wirklich eine gute Erfahrung, denn es ist sehr lebendig. Es geht um Leben, und ich mag das. Dr. Dr. Grup du 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 Bis zum nächsten Mal.